Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. Mein Name ist Locker Ted. Und wir sind wieder mal unterwegs mit meinen Freunden. Also, wen haben wir da noch? Da vorne mal zuerst der Mensch. Hey. Ich bin hier an Bord. Ja. Wen haben wir da noch? Rap. Oh, klasse, klasse. Hallo, ich bin der Tudu. Tudu, hi. Und ja, ein paar Zuschauer von Mardu. Der Reza ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Hallo. Und der Alex natürlich. Jawohl. Und der Piene ist auch da hinten. Da hier ist einer da. Du hast die Müsse gesehen. Ah, und da hier ist sie auch da. Stimmt. Ja, Tonato. Was? Wo warst du denn die ganze Zeit? Da warst du mal fett scheiße. Ah, okay, okay. Dann. Das ist ja keine Freunde. Was war denn hier zum Spezialkampf? Wie meine Röste? Wer war mir erleichtert, die wir unten? Oh, fuck. Hm. Mittel... Ach, go green. Luigi. Ah, Daisy. Ah, Daisy ist auch nicht das. wir haben schon mal oder was jetzt bei planen so ja nur aber ich möchte also witter in lagen als man zu fakt ist man nun schnitt hat zu karyo mit Slick... und... What? An Sonnenchirm. Alles gefällt mir gut. Hey, Alex, was sagst du denn zu meiner Autos? Danke. Wie gut. Hey, das ist aber echt nicht so gut. Oh, look, ich sagst du, dass du Bananen schießt. Bananen? Schmeckt denn dein Schubel? Weiß nicht, oder? Boah... Siehst du denn, dass du braun bist, oder dass du weiß? Also, dass du ganz hell bist, oder eher bünkt? Ah, eher die hellen. Ja, eher die hellen. Du Rassist. Na ja, ich nehm den, ist dann so der rote, oder? Was? Die Bananen? Das war aber eine komische Banane. Na gut, voll mal ein Spezialkarab. Nein, Schokobananen sind nicht hingehört. Danke. Aber wenn es jetzt lange noch grob ist... Nein! Ernsthaft? Nein, Schokobananen. Habe ich gehört. Ach so. Ich glaub, du wirst das ja schon mal gefahren, oder? Doch! Doch! Da ist die Steierung gekommen. Ja, komm. Nein, ich muss ja so, ich hab das Spiel scheiß. Jetzt mach ich aber jetzt mal Spitzkack. Ja, so, ich hab ja auch nur. Ich hab ja auch nur Spitzkack. Boah, du bist Spitzkack! Ja, ok. Nee, das hätte jetzt was gesetzt! Hier! Oh, 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 oh! Der muss schlafen, aber du schiebst mir. Er zinkt doch. Und ich weiß nicht warum. Trifft den Autos und Motoren im Schieb? Ja. Ich weiß nicht. 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 Boah! Ich hab dir was nie über den Zügel verpasst. Ich weiß nicht. Na! Ah! Oh, das ist toll. Ah, das ist toll. Das ist toll. Oh! Oh, ich will jetzt nicht mehr. Das ist toll. Das ist toll. Ich schau mal, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich weiß gerade, warum ich nicht mehr rauskomme. Ich weiß gerade, warum ich nicht mehr rauskomme. Oh, klar! Ich hab's nicht genau gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Hey du! Let's notажд. Acc! yaaah! Keinein noch, viel counted. Ich fand nicht fü các fans hier. Okay. Boah, hier ist der erste, ja? Hier kann ich alles runtergehen. ね composiert werden. Üte, wir lassen da rein! Üte, wir machen okay! Next is... ...lös ein paar G terrene. Basting will er doch auch viel Geld in Berlin! Nicht nur ein paar Gangen. Die Banane guckt ein bisschen vor dir ein bisschen schnell. Die Banane zu wieder! Sehr gerne! Ist jetzt nicht schlecht! So! Die Sterne zu wieder! Boah! Das ist perfekt! Ah! Auch ein Gustav Lauer! Boah! Und der Blitz Gleitwald! Aber da haben wir ihn mit Zube! Wer war jetzt die Princess Blitzwan? Hier! Ich bin doch nicht angegangen! Alter, die haben nie was vor! Okay, aber was hat's gut? Genau! Und das ist unser Ziel! Und keiner ist hinter mir! Was? Du bist fertig! Nein, du bist fertig! Was hat's denn? 6. 5. 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 6. 5. 8. 9. 5. 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 6. 6. 7. 8. 10. 11. 10. 10. 11. 15. 12. 16. 16. 16. Jetzt kurz vor uns, die kleine Produktion jetzt, die verloren ist. Aua! Ich hab gar nicht mehr so vergessen. Wir sind jetzt gut gut. Ich war's gemein, dass wir auch so sind. Wir wollen hier aussehen. So ein Fluss. Oh, wir wollen alle. Wir wollen hier. So, wir gucken jetzt. Kann man nicht mit dem Schwammerl ab? Ein Schwammerl, oder? Das geht mir nicht gut. Ah, wir gehen jetzt an die ersten Uhr plass. Ja, noch da. Irgendwie war das gerade... Wir schauen mal auf. Gut, ich weiß, der erste Sektor war nicht mehr. Das war ihm. Nein, das ist nicht mal zufrieden. Ich glaube, das ist das nicht sehr erinnert. Ok, jetzt nur die Chance. Keine Chance. Noch mal drei. Ja! Jetzt! Ja! Bitte schreitts nicht! Aua, fuck! Ich habe sogar am Schluss 얼마나abbau mit den Kredel! Jawohl! Das war doch ganz schön! Im Waffern Michael, das ist alles untersehen! Die letzte... Ich mein... jetzt sehen wir es war schlöchner jetzt da hat er gesagt die Brüderin dann können wir mal wissen ja sie ist so ein halberin das ist eine rosa das ist gemütlich das ist und ein bisschen ebler wie der Ardenten er hat er Eintritt Prozent der Erleichterung jetzt war es sich Kinder so fühlt sich Barriumpfung Prozent Schöner zu werden was er ist wir sind das ist etwas der Vorstellung gegenüber in dieser Erleitung auswendig was normaler Aber irgendwie spielen die Kappen noch nicht, deswegen, ja. Das war schlecht verstanden. Ja, egal. Ah, links geht's. Jaaah! 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 Ich mach schon! Jaaah! Unterherst! Es war schlecht entfernen, das wälder, wo ich beim Pitys... Aber dann seit einem Ringspanzig werden die EA-Zoche auf dem Point ist. Naaah! Jaaah! Ich glaube wie gesagt... Jaaah! Wir müssen dieselbe Person sein! Scheiße Scheuer! Jaaah! Er ist dein PILS. Er ist dein PILS. Jaa... Er ist dein PILS. Ja, drei PILS... Was ist dein PILS? Ich schaue es nicht. Nein. Oh, je. Ah, das geht ja nicht nach rechts. Ah, ich bin süß geworden. Das ist scheiße. Warum bin ich bitte? Oh, das ist doch nicht. Ja, ich muss nicht mehr. Ah! Meine Arme, wenn ich einen ziehe. Das ist richtig. Ich bin mehr so stark. Wir sehen uns. Wir sind ja hier. Was ist der Heimplatz? Oh, ich bin der hohrste. Ja, was ist der Heimplatz? Ist der der Heimplatz? Das ist der Heimplatz. Das war der erste. Ja, das war der erste. Und der war der erste. Was ist der erste? Der war der erste. Ja, der war der erste. Kann ich auch nicht schieben? Die Türbeiner sind auch nicht schieben. Oh, wir kommen jetzt mal an! Ich würde ja nicht mehr so schnellen. Das ist die Mainzer-Dringer. Ah, ich weiß nicht. Na! Die ist nicht so schnell. Ich weiß nicht, ich bin jetzt noch nicht. Okay, irgendwie gibt es ja die Jobzeit. Aber ich sehe jetzt Gas... Was soll ich machen? OJEEE Hier hast du 3 Kananen und 16 Und die werden noch Sorry OJDA Nee, jetzt auch nicht Ja, jetzt ist es heute noch Ich bin gar nicht mehr im Ziel Warte, ich warte auf Gib, ich will gern gib Hahahaha Wo ist er denn? Oh, jetzt kriegen wir's los Hahahaha Schönen Aufgaben zu dir Schönen Aufgaben zu dir Schönen Aufgaben zu dir Schönen Aufgaben zu dir Und was ist vorliegst der Aufgaben zu dir? Tja, schaut mich so aus Es wird einer von uns Das gehen wir schon Außer, wir machen ein kleines Wunder Aber, schauen wir mal Ich bin nicht so scheiße Ey, ich kann nicht wissen Ich steck zu mir her Aber der bleibt so Schönen auf den Nein, mit Erdwurden Ich kenne das, der dich nicht vermisst Nein Achso, das kommt von mir Nein Wah, die wird Naaah Schönen sagts man schon Aber, gespiegelt spiegelt das ist was das heißt aber das ist ja er doch der Mann der Startplatz ein Schaue Ich sehe der Poinier auf meinem Team-Champ. Ich vielleicht auch, okay. Das ist besser. Sie sind Pulse. Das ist der Pulse, bitte. Ich bin hier oben. Und da bin ich schon. Das ist nicht so cool. Ich war wieder total ass, ich war in der Lunge. Okay. Oahhhhhh Ich geh nur noch diese rocken rein So, wir gehen jetzt! Ich steif! Oahhh! Huhuhuhuu! Tschüss! Ah! Da hinten muss man ab! Das könnte man nicht sein! Oh Gott schreib! Und schreib! und draug nicht... Ja, hier war da ein bisschen so mehr als Hüften. Hüften? Ja, Hüften halt. Das war ein Hüften-Hüften-Hüften. Nein, nein, Hüften-Hüften. Ich glaube nicht. Das ist nicht kurz ein Bild. Ja, aber das passiert so. Das ist ja eine kurze Dichtungsänderung, was man in der Ausgänzung bekommt. Sie hat nicht den Bild zu sehen. Du musst wissen, was du willst. Ja, da sind sie nicht. Ich bin gleich in der Ausgänzung. Okay, hinter mir scheint nichts zu sagen. Ja, mit C. Also, zumindest der E. Okay. Ich bin mir echt noch erwischt. Ja. So, ey. Na! Wie lange ist das? Ist das blauer Forster? Der wird nicht zu weit besorgt. Ich gucke mich. Der ist weg. Wer ist da? Ja. Wo ist das? Ich gucke mich zu viel. Das war nicht. Aber ist nicht mehr mehr dabei. Und hier ist es. Wir fassen. Nichts, nicht mehr. Ich gucke mich zu viel. Überraschung. Ich schaue mich zu viel, Und Fahna ist hinter mir! Doch, da ist einer! Der Scheige! Der... 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 Ey, du kannst doch auch aufkürzen bei der Strecke, das ist ja abwärtig! Ich hab' ich aufgeregt die anderen! Und dann geht's! Nein! Nein, 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 nein! Scheige! Nein, Scheige ist der erste Ding an dem... Der Mordner! Ja, der Mordner! Ja! Oh, trifft er! Das war ein Unscher! Du, ich hab' deine Reis-Kanone! Oh, jeder! Fünftelig! Aber ich bin trotzdem gut, ja! Uhhh, Luki, Ohrpunkt! Uhhh! Ja! Ohrpunkt? Man kann nicht immer gewinnen! Der Scheigei! Scheigei Schubzel! Wer ist gut reingegangen in Scheigei, hä? Ja, ja, so schön zuerst! Schilü! Ja, ich hab' genug! Oh, okay! Oh, je! Oh, je! Ich geh' wieder W.O.W. zocken! Dann gewinn' ich noch! Ist das raus, oder? Wart's auf die Sie, oder? Nein? Okay! Nein, doch, ist ja, Mann! Richtig! Richtig! Ich muss quasi mit dem Kupf auf die Tasse immer sprechen! Ist das der generelle Taktik? Nur, wenn ich gewinn' nochmal! Ah, okay! Richtig! Schaut euch den Bauhauslein an! Ja, ich muss ja mal mit dem Kupf aufn! Rrrr! Und alle! Hahahaha! So! Hör, so! Hör, so! Schau, der war hinter mir direkt! Der wollt schon! Der hat schon gehen! Er muss schon! Ich hab's schon gesagt! Ja! Hör! Hm! Na gut, war Fahrzeugteil, warum nicht? Und ja, ich werde damit sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zum Mario Kart und tschüss! Sieg euch! Tschüss! Winke, winke! Und nicht auf die eigenen Bananen fahren! Göttin!